Happy New Year! 2020 war wahrscheinlich das anstrengendste Jahr in unserem Leben, sind wir ganz ehrlich. Und wir haben es endlich geschafft! 2021! 2021, yeah! Wird bestimmt besser! Heute spielen wir auf jeden Fall eine Runde Shellshock Live mit Danny. Und Leute, schreibt mir rein, welches Level seid ihr eigentlich inzwischen in Shellshock? Weil wir sind immer noch Level 79. Spiff ein Like und ein Abo da, es ist nur ein Klick! Wetten, drei Zahnräder. Also, für die Leute, die es nicht wussten, Slyly hat sich das Vorsatz genommen, mehr das zu tun, was ich sage. Hey, das stimmt doch gar nicht, was bist du für ein Lügner? Ich höre nicht immer auf den großen weißen Mann. Doch, das tust du. Okay, zeig her. Oh, das war die falsche Waffe, das war die falsche Waffe. Das war die falsche Waffe, das war die falsche Waffe. Oh, du bist so ein Lappen! Alter, ich kann dich gar nicht ernst nehmen. Oh Mann, kannst du auch für mich fertig machen? Jetzt war no joke. 66 Schaden, ist das süß für die erste Runde, Alter. Ich dachte, du wärst nett, wirklich. Ey, tut mir leid, Bro. Oh mein Gott. Das war unangenehm, oder? Das sollte... Ich nehme nämlich den Rückroller und ich habe ein bisschen weiter geschossen, als du bist. Und er wird einfach zurückrollen. Das erklärt der Name des Items irgendwie. Ich meine, das Ding heißt sogar der verdammte Rückroller. Alter, wie soll ich nicht Daten treffen? Ja, ja, ich denke, das ist unmöglich. Komm schon, komm schon, bitte. Oh. Komm. Okay. Oh nein! Ey, yo, das war so knapp, nur ein scheiß Millimeter. Verdammt! Aber du bist wirklich so eine Respekt-Person, das ist echt crazy. Ich nehme erstmal den Roller. Oh, scheiße. Weißt du was, Daddy? Du hast deinen kompletten Respekt vor mir verloren. Ich ziel gar nicht auf dich. Das bist du gar nicht wert. Nein! Aber du wirst dich heilen, ne? Das bist du einfach gar nicht wert. Oh mein Gott. M16. 20 Amor. So. Genau. Oh. Ein bisschen Schaden hast du dir auch gemacht, aber im Großen und Ganzen hat das geklappt. Wieso sagst du, oh, oh, das X3-Item kann ich doch niemals in der... Nehmen! Niemals! Dein Oh macht gar keinen Sinn. Oh, oh. Ja, du hast recht, du hast recht. Jetzt geht's los. Oh, oh, scheiße. Das sind so welche Granaten, ne? Oh, warte mal, das ist X3. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles ist gut. Okay, das... So ein Glück gerade, ne? Das hätte ganz schlecht enden können. Ich will nieb zu dir sein. Ich weiß nicht, dass du den Rat auf mich geschossen hast. Deswegen will ich dir den Gefallen auftu. Vor allen Dingen, ich hab einfach nur Kackwaffen. No joke. Ich bin halt angepisst. Ich bin halt angepisst. Ey, an deiner Stelle wäre ich auch angepisst. Die M16 hat sogar am meisten Schaden gemacht, diese Runde. Oh, das war nicht schlau. Das war so dumm von mir. Das ist... Oh mein Gott. Okay, immerhin hab ich's nicht getroffen. Oh, danke für die Gears, Bro. Ich hab ein Gears bekommen. Auch wenn du's nicht siehst. Ah ja, ich hab mir noch einen. Ich hab einen Vorsatz für 2021. Endlich mal die Klappe halten. Nein, aber ich will mehr Zeit noch die verpflegen, Baby. Ich hab unendlich Items hier. Nein, nein, das sind schlechte Items. Damit ver... Jetzt hast du verkackt. Wieso? Dieses Overcharge sorgt dafür, dass du dich einfach eine Runde lang auflädst, damit die nächste Attacke mehr Schaden macht. Und dieses Fort-Fei bedeutet einfach, du erhöhst deine Verteidigung, aber überspringst auch deinen Zug. Also hast du in jedem Fall... Verschissen. Zwei, eins. Verschissen. Hallo? Drei, zwei, eins. Vers... Tut mir leid. Nein, ich red nicht mit Leuten, die Faschissen haben. Oh mein Gott. Ich kann echt noch gewinnen. Ich kann echt noch gewinnen. Ich hab neue Items bekommen. Oh mein Gott. Das war das falsche Timing für neue Waffen. Das war das falsche Timing. Das war das falsche Timing. Spinnen oder Bienenstock? Ich inter... Okay, wenn das jetzt trifft, dann hast du verloren, ja? Ich empfehle dir einen Kack. Ich setze meine Bienenpower ein, Baby. Let's go. Ich habe 45 Leben. Rein rechnerisch würde ich jetzt draufgehen, oder? Brahm, brahm, brahm. Yes. Boah, das war ein spannendes Spiel, aber. Das war ein spannendes Spiel. Das kann doch nicht wahr sein, dass genau in dieser verdammten Runde neue Items kommen. Mann, wieso wollt ihr mich so verarschen? Wollen wir mal einen Shelshock-Live-Stream machen, wo wir so lange spielen, bis ich Level 80 bin? Bist du Level 80? Denk doch mal an mich. Nee, an dich ist nicht so wichtig. Frag wegen mir. Das Spiel ist einfach auf deiner Seite. Es kann doch nicht sein, dass genau in deiner verdammten Runde irgendwelche neuen Gears kommen. Und in meiner Runde... Ich kriege gar nichts. Oh, 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 oh. Warte mal, jetzt hast du auch gute Waffen, wenn ich einmal verdammt gute Waffen habe? Kennst du Opa Langebein schon? Das ist die Spinne auf Level 3, oder? Ja, und es gibt die sogar auf Level 4, die Spinne. Wusstest du das? Ist die Level 4 oder Level 3? Das ist die Level 3. Tut mir leid, Bro. Oh mein Gott. Meine Power. Ich merke, wie sie verloren geht. Aber weißt du was? Du bist es mir wert. Ja, Mann. Und du beschwerst dich wegen wenig Glück, Alter. Ey, weißt du was? Das Spiel schafft es trotzdem noch irgendwie ein X3 zu geben gleich. Ich spüre das. Also, ey, Daddy, für den Schuss muss ich dich eigentlich beleidigen. Ey, Opa Langbein ist ja voll scheiße. Das ist ja für mehrere Spieler. Das ist eh nicht so gut. Bro. Was? Ich habe das falsche Item benutzt. Nein, warte mal. Wie? Oh, ey. Ich habe das schwarze Loch nicht gesehen. Nee, Alter. Dafür muss ich gleich bestarfen. Dafür muss ich gleich bestarfen. Das geht nicht. Bam. Oh mein Gott. Das letzte hat nicht getroffen. Scheiße. Ey, wenn ich jetzt verliere, habe ich es total verdient sogar. Das ist das Traurige daran. Meiner Meinung nach habe ich es jetzt total verdient. Wie konnte ich das schwarze Loch nicht sehen? Das sah aus wie du. Komm schon. Oh, 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 oh. Oh. Heilige Kacke. Hast du den Schaden gesehen? 120. Du bist echt was Pesseres, muss ich sagen. Ich hätte die mal für zweimal gehabt. Boom. Ja, die sahen sogar das letzte getroffen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde verlieren. Ja, ich hoffe, du wirst verlieren, verdammt. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Du bist ein Unfall, weil du begonnen hast. Weißt du, was ich meine, brah? Die meiste Zeit fängst du an, brah. Also, nein, brah. Warte. Vielleicht soll ich mich selbst animieren. Komm schon. Sehr schön. Du hast die auch zweimal. Du hast die auch zweimal. Ey. Wenigstens etwas faires, weißt du? Ein Leben habe ich noch. Genau das meine ich, verstehst du? Du hast nur noch ein Leben. Welcher Lacka überlebt erst mal mit einem verdammten Leben? Dann bekommst du ein Double Damage direkt vor meiner Nase. Ja, du hast... Das ist schon echt crazy. Aber kannst du es benutzen? Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Kannst du mir noch eine weiterstellen, bitte? Okay. Oh nein, wenn ich jetzt... Das war irgendwie... Ey, ich sag, das ist echt beeindruckend. Das war cool. Ich meine, du hast dich selbst fertig gemacht, aber auf eine beeindruckende Art und Weise. Du kannst stolz auf dich sein, verdammt. Ich habe Geschütz-Level-Sei. Ja. Level 2 meine ich. Level 2, das sind drei Geschütze. Und ich bin bald, ohne Scheiß, wortwörtlich gleich Level 80. Das werden wir wahrscheinlich erst nächste Folge rausfinden, weil... Oh mein Gott. Kommt mal alle näher ran. Letzte Runde entscheidet. 1-1. Letzte Runde entscheidet, Danny. Es entscheidet, ja. Mir fällt gerade auf, wieso wette ich überhaupt mit dir? Du hast doch gar keine Gears. Da ist nichts zu holen. Doch, 113. Ha! Pff, so viel Gears schlägt dich mal auf, verdammt. Bruder, findest du nicht, dass es geht, mein Schatz? Du bist mein Schatz. Okay, Bro, willst du wirklich so nah rankommen? Ja, voll gerne, Alter. Ich will mit dir kuscheln. Alter, das wird jetzt eventuell verdammt viel Schaden machen. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Es ging. 88 Schaden, es ging. Aber ich muss sagen, du bist echt schön. Ja, du nicht. Danke. Soll ich dich anlügen, oder was? Nein, das stimmt schon. Hier, nimm das. Oh, oh, es blendet. Guck mal, dein Arsch blendet. Ich habe es in den Arsch geschossen, den Pfeil. Wie sagt das so... Oh, warte mal. Das Ding ist ja auch ziemlich stark, oder? Nein. Doch, kennst du den Magier? Nee, ich kenne aber... Soll ich dir Voodoo zeigen? Bisschen Black Magic? Hier. Oh nein, der ist echt stark. Oh, komm schon, Bro. Meinst du? Ich weiß es nicht. Oh, 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 doch. Hast du eigentlich... Warte mal, du hast wieder begonnen, ne? Nein. Das ist ja voll nervig. Ja, verstehst du jetzt, wie ich mich die letzten Runden gefühlt habe, wo du immer begonnen hast? Ja, das nervvoll. Oh, was ist das? Das ist Zeus oder so, ne? Blitz. Oh, 60 Schaden. Der hat aber echt schon... 108 Leben, okay. Da ist ein X3 Damage, aber wie soll man da rankommen? Wenn du beginnst, muss ich immer weggehen, weil neben dir zu sein, wenn du anfängst, dann gewinne ich nicht. Weil du halt anfangen kannst. Du solltest sowieso im Idealfall gar nicht gewinnen. Hä? Sind wir realistisch? Hey, du bist voll schön. Luftangriff. Wird das? Funktioniert? Leider, ja. Okay, ein Crit war dabei. Sonst hätte es keinen Schaden gemacht. 40, komm. Okay, was? Ich muss jetzt irgendwas machen, was wirklich klappt. Wie, wir was mit Klappe halten? Oh, Snylo. Oh, shit. Yo, entspannen. Oh, wenn das ein Crit gewesen, hätte ich gewonnen. Weißt du, was steht mir bis hier oben? Warte, wenn du mich nicht tötest, dann habe ich gewonnen. Oh, ich werde dich töten. Mein Freund... ZWEI LEBEN! Das kann nicht wahr sein. Ich hasse mein... Oh mein Gott. Und du hast sogar begonnen. Also, wenn ich nicht besser in dem Spiel bin, habe ich keine Ahnung. Das war wahrscheinlich die letzte Folge von Shale Shock Live. Außer, ihr bringt Danny dazu, sich bei mir zu entschuldigen. Also, schreibt unter sein neuestes Video, entschuldige dich bei Sniley. Ähm, ich hole mir noch meine Gears ab. Okay. Das war halt echt asozial am Ende. Das war echt asozial, ja. Und ich bekomme noch nicht mal... Okay. Ähm, Leute, Like und Abo nicht vergessen. Hashtag mehr, wenn ihr mehr Shale Shock Live sehen wollt. Der Link zu Danny ist in der Beschreibung. Happy New Year. Ich hoffe, ihr habt schöne Vorsätze bis dahin. Ja. Tschu, tschu. Tschu.